Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog, heute mal wieder aus meinem Sportkeller. Was ich gleich so mache, zeige ich euch nach dem Intro. Ich mache heute wieder Nachtsport. Es ist fast Mitternacht hier bei mir und ich habe einfach Bock nochmal was Aktives zu machen, weil ich heute den ganzen Tag nichts gemacht habe und ich fange an mit Liegestütze, aber in der Zwischenzeit heißt es Musik ab! Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war jetzt eine Dreiviertelstunde Workout mit Gewichten an den Füßen am Schluss und Gewichten an den Händen. Das war der neue Sportvlog. Also runter vom Sofa, Sport machen, egal wie. Ich sage bis zum nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie.